Wie die Fischer früher lebten, mit der Sonntagsmesse in der kleinen Kirche, mit der Kommunion der Gläubigen, während der Wind draußen blies und der Ozean sich an den Felsen der Küste brach. Das war ein Leben ohne Zerstreuungen, ohne große Ereignisse, beherrscht von einer schweren und gefährlichen Arbeit. Ein einfaches und ländliches Leben voller Würde, aber zugleich ein stumpfsinniges Leben. Die Vorstellung von einer Urlauberfamilie, die in ihre Wohnung im Le Bucanier zurückkehrt, bevor sie ihr Schnitzel mit Piratensauce-Mampfen geht, und der jüngsten Tochter, die sich in einer schmierigen Disco mit dem Namen Die Bounty Vögeln lässt, ging mir auf die Nerven. Aber ich konnte nichts dagegen tun. Wenig später verzehrte unser Held eine Kreppe auf brasilianischer Art im Valpara.